und da sind wir wieder zurück bei fifa 15 leute 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 ihr habt ja gesehen im letzten part wir haben es nicht geschafft 1 1 haben chancen liegen lassen ohne ende bis zur letzten sekunde hat gefeiert und wir begrüßen euch hier recht herzlich noch mal beim ultimate nrw wir warten jetzt auf den nächsten gegner haben schon mal unser neues Stadion unser neues Stadion hier den Villa Park erst mal eingeweiht mit einem 1 zu 1 er kann die Beine übereinander schlagen glaubst du gar nicht Kompass hier guck mal dafür dass Bunga Bunga jetzt heute mal besser drauf ist und wieder ein Heimspiel der Stadion ist die größte Rotzbude die ich kenne gegen Eintracht Frankfurt gegen Germany oder was GER den Germani oder wie die waren was ist das denn was macht der den der rennt von selber raus und das war dann er hat mit den Turnitzen das hält auch nicht immer nur ein Spiel ne kann das boah Bunga Bunga macht der vor nein und er macht da Alter wo er aufgehört hat unglücklich im letzten Moment vor allem super gemacht den Speed macht die Mitte zu das Speedboot schön ausgenutzt eigentlich aber das war ein Ding in der zwei Sekunden direkt erstmal der Torwart ach komm ich geh raus ach ne doch nicht der war doch nicht richtig wach ah na na nehmt die Kugel über rechts mit 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 kommt die Flanke in die Mitte der kommt nicht schlecht der war Bunga Bunga da fehlt ein halber Kupfer bleibt weiter der Verlierer was für Verlierer jetzt gibt es gleich hier oh super auch das gelingt ihm nicht ja der macht nur komische Bewegungen der sollte eigentlich kreisen das eine Leid ist des anderen Freud jetzt geht es weiter im Bunga Bunga hat die Kugel noch einmal am Fuß zu suchen sucht hier den Weg nach vorne linke Seite gute Chance gute Aktion die Flanke auf den zweiten Fuß in Norriska Körner schlechte Flanke von Bunga Bunga ja 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 zwölf Minuten Granado und jawohl geht der Ball nochmal super die rechte Seite sucht wieder den kleinen Bungi oh den kleinen miese Nummer 6 das nimmst du jetzt zurück das ist ziemlich rassistisch wieder oh ne oh ne oh ne der ist durch der ist durch der ist Ecke er kann doch auch nichts für seine Vorhaben Ecke nicht ok dann nehme ich auch gerne den Abstoß ein Mannschaft das ruft eben der Trainer aufs Feld wird aber die Gefahr von Konter Nein immer wieder jetzt müsste er über Tor nein lächerlich Kanado Bunga Bunga wieder auf Granado Granado ja mit der fehlhaften Ballannahme jawohl die verteidige alle immer da verteidige alle immer da jawohl oh gut gespielt da ist Bunga Granado wartet auch noch Granado wartet auch noch und das war klar dass er sich da erstmal wieder sowas hier zuzieht wahrscheinlich noch eine Verletzung am besten ja jetzt brauchen wir erstmal den Platz aber den haben wir nicht kein Tempo schieße einfach mal außer Menschenmenge raus so wieder aufgepasst also die Verteidigung da kannst du momentan nichts gegen sagen Bunga jawohl schieß wird gerade gejagt von 1,2,3 Spielern über die linke Außenbahn jetzt muss die als Spielsituation kommen kommt die ja die kommt aber Bunga versucht es weiter nochmal über die Außenbahn verliert den Ball sofort wieder war ja klar ich will es jetzt mit Biegen und Brechen machen deswegen weiter geht es hier wieder gut aufgepasst Granado kriegt die Kugel und sie Bunga Bunga der kommt aber auch nicht durch der Ball mehr so ein der Plänkel hier Mittelfeld der Mountain ey was denn jetzt weiß ich nicht boah von da aus Cowboy Joe gut mögliche der weiß dass er ihn jetzt reinmachen wird das weiß er schon im Vorfeld ja komm drückt ihr komischen Spurs und Lacken ihr Banausen hier voll in die Arme des Todes langer Ball in Richtung Bunga aber der kommt auch wieder nicht jetzt mal wieder Kontermöglichkeit im eigenen Stadion Bunga über die Außenbahn jetzt gibt er nochmal Gas gibt er nochmal Gas Granado wartet auf die Flanke in der Mitte kommt die Flanke die Flanke kommt aber der Torwart ist schneller Carlos 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 oder was ja was ist das denn für ein Pass lande bei Bunga Bunga auf Granado Granado mit dem Linkenfuß aber wenigstens mal eine Annäherung in Richtung Tor das sollte doch schon mal ein Beginn sein ein Spiel egal Spiel geht weiter oh gut und schnell spielt oh wieder aufgepasst jawohl sieht Bunga weil der ist was macht er denn da versucht ihn nochmal über die Außenbahn noch einmal und durch den 27 Mann glaube ich in der Verteidigung kommst du aber auch nicht dran denn es steht wirklich ein ganzes Abwehrbollwerk da müssen wir gleich mal was außergewöhnliches versuchen ja auch die Scheiße Mann bei mir ist halt ziemlich groß geruckelt ja war ja klar Falkau spielt bei dem ich glaube eher weniger er geht im entscheidenden Moment dazwischen naja legt dir doch nicht immer die Bälle vor jawoll Granado nehmt mal wieder Tempo auf ist jetzt gerade am Mittelkreis sehr gut und Balotelli ja der Bunga will aber auch wirklich heute nichts mehr machen what the fuck wenn du so nicht zum Schluss kommst dann halt so da musst du halt mal aus 20 Metern drauf fallen aber die beide Mannschaften neutralisieren sich so ein bisschen weil nie jemand hier einen Fehler machen möchte Bunga wieder der Ball weg und zwar steht es 0-0 ach ja ach ja es wird immer noch nicht reichen es wird immer noch nicht reichen der eine Punkt mal wieder wir können auch gerne die ganze Zeit 0-0 spielen noch zweimal dann mühsam nährt sich das Eichhörnchen würde ich mal sagen ja ach ein so ein Glücksdinger das wäre doch gar nicht so kackert Mann 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 6 1 4 3 2 1 los geht's weiter geht's in Hälfte 2 jetzt spielen wir von rechts nach links in den rot-blauen Trikots immer noch Granado Granado wartet dann kommt die Flanke auf den 2 den Forster ist aber auch keiner Mann 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 das ist aber mehr als dürftig diese Flanke gerade hat er verarscht super hin gut weiter gespielt Granado lässt noch mal klatschen Ball geht noch mal durch Bunga ja es muss die Wirklichkeit da sein jetzt kommt die Wirklichkeit noch mal Flanke in den Strafraum die war es gefährlich der Mauer das sei durchflutschen äh den Stichern da wieder keiner da jawohl aufgepasst aber immer wieder erreicht der Wahl was in der Lose der Landwürttemberg gar nicht und wo macht Hälte Google Hälte Google warte bis Granado kommt ja der Bede war jetzt auch Granado die Trau-Bunga die Riesenmöglichkeit ich bin nach gerade war das war ein Fehler weil es gar nicht gerecht in der Böse am Anfang schmeißen mich weg das gibt es nicht die Riesenchance für Bunga-Bunga-Bunga-Scheiß gerade war weil ich immer ist Richtung Ball oder nur ein bisschen hoch kann doch nicht sein Leer das Tor ich habe doch gar nicht damit gerechnet als ich den auf den Fuß kriege was ist denn jetzt los ohne Scheiß ich habe wirklich damit gerechnet also auch nur damit gerechnet oh man oh man oh man oh man ist das bitter ach scheiße die Riesenmöglichkeit wieder vergeben man trauert den vergebenen Chancen hinterher was ist noch mit Bunga Bunga passiert jawohl jetzt mal wieder der Angriff durch die sagenumwobene Mitte ah Granado versucht es noch mal versucht es noch mal über die Außenbahn kommt die Flanke es gibt Ecke die Flanke kommt nicht durch abgefälschte Ball aber dann bringt er ein bisschen mehr in die Mitte kann ich mich mal so behaupten jetzt noch mal jetzt noch mal ich bin außen ich bin außen ach der kommt aber auch nicht durch man ist das schlecht vom Bunga Bunga ich spiele aber auch scheißspiele momentan ach der rennt aber auch nur die ganze Zeit neben mir ey ja Schwalbenkönig da ey mein Gott wer ist der Landriebon The Mountain gute Aktion langer Bein jetzt noch mal nach vorne nein Roter nein was macht er denn meine Stimme gerade abgekackt hängt noch ein bisschen Schleim hinter nach meiner Erkältung was denn war ich ein das geht nicht so jetzt noch mal Bunga noch mal Bunga was macht er denn aber der irgendwie hält ja der der Mittelfeldspieler der Defensive alles auf kommst da gar nicht dran vorbei da ach geht man wenn der da durchgekommen durch die beiden ey das wäre Sahne gewesen naja was machen die denn jetzt hier Zucker Schugan hat auch gepasst sehr gute Aktion Sugar Sugar Baby sehr gute Aktion jetzt läuft er über die rechte Seite und da hat der sie immer so ein bisschen verarscht und der Mauten der kommt ja gar nicht mit hinterher der kommt gar nicht mit hinterher Granado die Flanke über die rechte Seite Bunga Bunga und der Ball wieder weg machen wir mal ein bisschen auf hier in Defensiv immer ein bisschen unter Druck setzen Jungs boah der Mauten der kommt da immer vorbei ey der kommt jedes Mal da durch das kann doch nicht wahr sein kommt der Pass aber alle treten da neben dem Tor Gäbe es nicht ey verdiente Führung ey guck dir das an ey ein Spiel was keinen Sieger verdient hätte aber das Tor ist wunderschön ey guck dir das an der Kneite einfach nur in der Mitte ey der ist hier Pupa ey ja hättest du auch mal machen können ich hab doch gar nicht damit gerechnet ey na ach du siehst ja doch der rennt doch die ganze Zeit aufs Tor ja und das erste wo ich drauf guck und hab ich gesehen ah der Bunga kommt noch und dann hat noch einen Laufweg von was weiß ich wieviel Meter ey mein Gott ey der kommt aber auch nix mehr an ja super jetzt einmal die Abwehrregel aufgelöst schon sind wir lächerig starke Füße das war sein Schwacher ja aber das darf natürlich passieren da geht nix mehr den kann man schon mal machen ja schade jedes Mal ist der Mountain zur Stelle Mister Mountain nochmal Bunga meine Güte wir spielen aber eine Scheiße da ne das ist ja unfassbar ich spielst du mit einem schönen Rücken Garnaro kommt auch nicht weg Bunga Foul ey die kommen auch nicht weg die kommen auch gar nicht weg Mann mein Gott das gibt es nicht es ist langsam nur noch zum Heulen ey jede Chance hier egal wer den Ball an den Fuß bekommt in alle neben sich unfassbar ach du mein was ist mit den Verteidigern los sie geht einfach nur blind auf die Männer drauf jetzt noch mal der totale Angriff hier Bunga spielt aber auch den Ball nicht ab ist wieder zum Ball verliebt er sagt nö warum soll ich abspielen mache ich doch wieder alles mit Absicht vier Minuten Nachspielzeit nochmal der Ball nochmal hoch gespielt aber geht doch mal dahin das ist doch unfassbar da geht aber auch echt keiner hin was wollten sie den Ball alle nicht haben dann lässt er sich natürlich zeilt hier das Ding ist gelaufen 1 0 verliert der alte w dank weiterer vergebene Chancen von Bunga Bunga jetzt der Ball nochmal durch gespielt jetzt nochmal durch gespielt schieß doch das gibt es doch nicht mein Gott ne yes ja neunzeste Minute Granato aus dem Nichts der erste Ausgleich oh jetzt lebe sie wieder im Stadion rastet aus hab ich selber nicht mit gerechnet aber der Torwart macht eine entscheidende Bewegung die hier ist lieber einfach macht das Tor zu schießen unfassbar und das ist hoch verdient jetzt die letzten Minuten haben sie da nur drauf spekuliert und die wollten dieses Tor das haben sie sich jetzt entzwungen Mann 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 ey Granato yeah das reicht für den nächsten Punkt ein Punkt noch ne hehehe hehehe boah Scheiße Granato beweist einmal mehr seine Stärke da 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 einmal richtig steht die alte Pupsnase boah war aber mega geil weil ich hab den Sound auf den Ohren und Granato trifft in der neunzesten Minute und das Stadion rastet komplett aus so 13 Punkte hätten wir ach ja weiter zwei Spiele haben wir noch nach diesem Finale ja bleibt uns nichts anderes übrig als uns zu verabschieden und wir sehen uns dann German Bastards ok Bastards die können Bastards noch nicht mal richtig schreiben aber egal wir sehen uns dann im nächsten Part wieder beim Ultimate Team äh Ultimate Team genau genau werden froh Club und ähr tschüß 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 Bis zum nächsten Mal.